hallo leute und herzlich willkommen zu minecraft let's play ja wir legen los ich dachte gerade die melone ist weg und zwar hatte ich die idee gerade spontan dass sie hier noch kurz ein bisschen nach hinten gehen vielleicht ist hier hinten ja doch hier geht es dann wieder runter aber da hinten ist normale fläche also ja doch normales grün halt ich weiß halt echt nicht ob wir hier weg sollen ja gut so ein kleiner fleck nämlich mal naja wir gehen erstmal zurück ich hatte immer noch blüten stau jetzt wieder ja auf jeden fall ist ja auch gestern kein video gekommen ja das liegt halt einfach daran weil ich das auch schon der letzten folge erwähnt haben wir das ab und zu einfach kein video kommt weil wir gerade ziemlich beschäftigt sind aber ich hoffe das nicht allzu schlimm denke nicht ich hoffe nicht ja und falls doch mal nichts kommt dann tut es mir leid aber wir wirklich auch ich um ein kater mit inhalt momentan sehr viel beschäftigt und deswegen ja kommt ab und zu kein video jetzt sind dann sowieso ferien da sollte es eigentlich ein bisschen mehr geben ja also das könnte wie so ein maschinengewehr aus der ferne ja ich weiß nicht ob wir hier weg sollen oder ob wir hier bleiben sollen eigentlich ist es cool weil jetzt immer viel gold aber bringt uns gold zu viel das ist die frage und was ich mir auch gerade denke wir können eigentlich auch hier mal wie so eine treppe bauen aus diesem stein hier den wir gerade abbauen wenn ihr jetzt nicht mehr dass wir hier so eine schöne treppe haben zwei müssen jetzt natürlich raus ich glaube das ist die einfach keramik gut dann muss aber das hier auch weg und mache hier diese reihe machen wir auch weg sonst sieht es nicht cool aus so hier gut ja das brauchen wir halt irgendwo hier ist auf jeden fall auch ein zombie hier können wir eigentlich alles geld machen nein es ist so komisch ich habe mit einem kollegen jetzt die ganze zeit ein bisschen bevor ist gespielt und da ist halt das auch ein survival game wie zum teil es ist die steuerung gleich und zum teil einfach ganz anders richtig scheiße jetzt so minecraft zu spielen kraften macht man ja auch alles anders und so interagieren wir können wir uns auf jeden fall ein goldwerkzeug machen das problem bei den goldwerkzeug bis halt einfach es ist nicht also es ist effizient es ist extrem schnell wenn man irgendwas abbauen will aber überhaupt nicht haltbar also es geht sehr schnell kaputt ja alles abbauen so trip ist auch gleich fertig wenn die sonne die sonne untergeht also hier ist gold und kohle und noch mal gold und noch mal gold und noch mal gold noch mal gold aber ist gut können wir auf jeden fall brauchen ich weiß ja wieviel kohle das hier hat jeden fall beschweren kann ich mich nicht jetzt komme ich hier wieder nicht mehr hoch aber ist ja kein problem wir sind minecraft profi wie ich ich dachte schon hier wäre ein richtiger block also ein keramikblock naja gut jetzt haben wir hier auf jeden fall auch eine schöne treppe essen noch kurz was und dann gehen wir schlafen und gucken mal weiter was wir heute noch so machen können hier eigentlich auch mal so einen krassen palast bauen also verschiedenen steinen steinen oder also keramik farben zeugs wäre vielleicht ganz cool so wenn hier so wie ein rand macht und das ist dann alles gelb so dann muss das hier alles raus ja moin aber ist ja kein problem genau ich werde auch gucken ob ich vielleicht mal prison architected aufnehmen kann wäre auf jeden fall cool so gehen dann müssen wir hier noch weg machen ungefähr bis hier und hier auf diese keramik da kommt dann einfach so ein zaun drauf so das ist ein bisschen gut aussieht aber dieser baum muss weg als ob direkten apfel hier ist immer die wahrscheinlichkeit dass da direkt ein apfel rauskommt ich höre extrem viele skelette und zombies haben wir keine haben wir noch gelbe keramik so ok ja doch so ist so ist gut aber irgendwie sogar zu viel ein bisschen hier man hier mal auf 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 Ja, was machen wir jetzt? Jetzt noch? Dann hätte ich gesagt, machen wir hier vorne auch einfach so eine Wand, was ihr von hier an so, gibt's halt da so ein bisschen ein Ecken, aber das ist ja egal. Wir könnten, ja, wir gehen mal runter. Oh nein, da unten sind so Angreifer. Die, ah, wie heißen die? Ist rund, okay. Ah, wie heißen die? Ich kenne nur den englischen Namen, das sind Pillager. Heißen die wirklich einfach Überfälle? Überfälle? Ah ja. Ah ja. Nein, keine Ahnung. Ist auch gelb, okay. Gut, so. Haben wir auch ein bisschen rot, keine Ahnung was wir mit rot machen wollen. Das sehen wir ja dann, wenn's soweit ist. Dann machen wir von hier aus. So. Die Frage ist, wollen wir hier jetzt einfach bis zur Treppe? Ich glaube, das würde noch cool aussehen. Dann hier. So. Jetzt hier einfach weiter bauen. Immer weiter. Zack. Er ist doch, passt. Oh. Gut. Gut, hier noch kurz den, äh, die Erde weg machen. Aber das sieht dann auch richtig cool aus. Den Baum lassen wir mal. Können wir bestimmt später noch brauchen. Ähm. Geben wir wieder in unsere Mine. Und das ist so krass, dass auf jeder Ebene irgendwie irgendein anderer Stein kommt. Sieht irgendwie crazy aus. Irgendwie fände ich es cool, wenn mal in eine Höhle kommen. Oh. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja genau. Sollten auch ein bisschen mehr Melonen anpflanzen eigentlich. Aber ich weiß gar nicht, wie bekommt man einfach so? Oh ja. Okay. Oh, wieso hab ich das nicht vorher gemacht? Gut. Wir können die sowieso noch am Rand pflanzen. Weil die wachsen ja so in diese Richtung. Wisst ihr was ich mein? Vielleicht hier noch eine. Das heißt warten. Wir machen hier noch mal kurz eine Eimer. Ne, wir können. Hier. Das ist noch nicht ausgewachsen. So. Ja. Jetzt haben wir auch direkt eine unendliche Wasserquelle. Das ist noch nicht fertig. Oh cool, ein Baum ist jetzt sogar 2. Aber das ist wichtig. Eigentlich könnten wir dann auch so einen Weg machen mit diesem. Oh nein. Roten hier. Oder. Keine Ahnung. Was das für eine Farbe ist. Okay. Keramikfarbe einfache. So. Alles rein. Also die Melonen. Dann brauchen wir noch eine neue Schaufel. Wir haben ja gar keinen Stein. Wir müssen erstmal Steine holen. Die stimmt. Ja, wo geht's? Wo kann man denn hier Steine bekommen? Ich glaube wir müssen. Da drüben ist doch normales Land quasi. Ja ok ne. Gut. Vielleicht dort unten. Also wisst ihr da unter diesem. Als ob dort auch so ein Squad ist. Die haben mich aber noch nicht gesehen. Und noch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass darunter auch einfach dieser Ton ist. Oder Keramik oder was das alles ist. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ah nein. So. Gut. Ja, dann gehen wir noch kurz raus. Und dann hätte ich gesagt. Was das mit dieser Folge Minecraft. Ich wollte gerade wieder Hello Neighbor sagen. Aber dann hätte ich gesagt. Du warst das. Und ja. Bis zum nächsten Mal Leute. Ciao. Ciao. Ciao.